Ich freue mich in meiner jetzigen Situation wirklich, muss denn noch etwas geschehen, damit Bonn endlich zu einer Entscheidung kommt. Schließlich bin ich nun fünfeinhalb Wochen in der Haft der Terroristen und das alles nur, weil ich mich ja allein... Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich bin die Stimme aus dem Kissen, ich hab euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen, ich singe bis der Tag erwacht, ein heller Schein am Firmament, mein Herz brennt! Sie kommen zu euch in der Nacht, Dämonen, Geister, schwarze Feen...